Meisterwerke der Kunst. Der David von Michelangelo, Michelangelo Die Skulptur ist über 5 Meter hoch und 6 Tonnen schwer. Das Besondere ist, die Skulptur zeigt David vor dem Kampf mit Goliath. Sonst wurde David immer erst nach dem Kampf gezeigt, so wie hier von Donatello, der andere von den Turtles. Das Krasse ist, der Marmorblock von David war nicht neu. Zwei Künstler hatten bereits daran gearbeitet und sind gescheitert, der Block war beschädigt und trotzdem hat Michelangelo, Michelangelo so ein Meisterwerk daraus geschaffen. Michelangelo's David steht im sogenannten Kontrapost. Kontrapost. Also das Gewicht ruht auf seinem rechten Bein und das linke ist ganz locker. Kontrapost. Wir hassen DHL. Kürzlich wurde ein David im 3D Drucker produziert, der nur 0,1 Millimeter groß ist. Das nur als kleine letzte Info.